Das ist Jan Vollmers. Er ist gerade auf dem Weg zu einer Weiterbildung. Ja, und zwar zu einer sehr wichtigen. Vor ein paar Jahren hat Jan Vollmers seinen Abschluss als Handelsfachwirt gemacht. Ja, und zwar an der Akademie Handel in Nürnberg. Da habe ich damals noch gewohnt. Ein gutes Jobangebot hat ihn schließlich nach München gelockt. Sein Job macht ihm sehr viel Spaß. Inzwischen ist er sogar Abteilungsleiter geworden. Seitdem bin ich noch erfolgreicher in meiner Arbeit und glücklich mit meinem Job. Ich kann mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten und in meiner Position für mich und meine Kollegen etwas bewegen. Nun will er seine beruflichen Chancen noch weiter ausbauen und macht an der Akademie Handel den Betriebswirt. Zum Glück ist die Akademie Handel überall, wo man sie braucht. Nicht nur in München und Nürnberg, sondern auch in Würzburg, Regensburg, Dorfen und Bayreuth. Aber kommen Sie doch kurz mit rein. Dann zeige ich Ihnen die Akademie von innen. Die Akademie Handel bietet neben dem Handelsfachwirt noch weitere Studiengänge. Zum Beispiel den Fachkaufmann für Marketing. Und Abiturienten können das duale Studium Handelsfachwirt machen. Das hier ist übrigens das Service Center. Hier bekommt man Unterstützung und Antworten auf alle Fragen. Die sind immer für einen da, wenn man Hilfe braucht. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen profitieren von dem Angebot der Akademie Handel. Neben individuellen Workshops bietet sie auch abgestimmte Trainings für Unternehmen an. Auch ich habe mit meiner Firma so einen Workshop gemacht. Das war richtig klasse. Wir haben uns nicht nur die blanke Theorie vermittelt, sondern uns auch darin trainiert, wie wir es in der Praxis anwenden können. Okay, ich muss jetzt hier aufhören. Mein Kurs geht gleich los. Kommen Sie doch einfach selber vorbei und lassen Sie sich beraten. Vielen Dank. Tschüss. Ja.